Ja meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt mit einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mit den Spieltagstipps. Freitags, ihr wisst ja, Freitags ist Spieltagstippszeit. Ja, wir werden heute einmal den Tabellenrechner wieder anschmeißen und die Spieltagstipps durchgehen. Da sehen wir auch schon die Spiele und ja, natürlich für mich das Interessanteste und Wichtigste Spiel dieses hier. Werder Bremen gegen Hertha, auch das werden wir natürlich gleich nochmal ordentlich durchtippen. Und schauen aber auch auf die Tabelle bei Kicktipp rein und wie man da eben so steht, wie es aktuell aussieht. Und ihr könnt schon mal ein Däumchen da oben da lassen und eure Spieltagstipps unten reinschreiben. Vielleicht auch schon bevor ich überhaupt meine reingeschrieben habe, weil dann ist es vielleicht spannender und dann könnte man sehen, okay, da ist es vielleicht gleich, da vielleicht nicht so. Da dran bleibt lieb und sachlich in den Kommentaren. Tauche ich euch gerne auch aus mit den Tipps. Ja, man kann da ja auch verschiedener Meinung sein. Ihr merkt, ich bin immer noch leicht erkältet. Hoffe aber, dass es morgen weg ist. Gehe auch gleich ganz normal noch zum Sport. Mal natürlich leicht, aber ja, hoffe, dass bis morgen alles super ist und dann morgen wir das Spiel Hertha gegen Werder richtig, richtig abfeiern können und hoffentlich danach auch was zu feiern haben, werden wir ja dann sehen. Aber ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt auf morgen, muss ich tatsächlich sagen. Wir fangen trotzdem jetzt erstmal an und gucken uns bei Kicktipp mal die Tabelle an. Und da sehen wir Leo Erster mit 344 Punkten, René 334 dahinter. Da ist schon 10 Punkte Abstand von 1 auf 2 und ich komme auf Platz 15 mit 306. Bin da ein bisschen abgeschieden. Man muss auch sagen, am letzten Spieltag, wer auf viele Unentschieden getippt hat, hat auf jeden Fall gut Punkte gemacht. Ich glaube, wir hatten 5, 6 Unentschieden. Also es war schon sehr, sehr krass, was da von dem her so ging. Also ich hätte es tatsächlich einen Tick anders erwartet, aber so kann es natürlich auch gehen. Und dann sieht das auch mal schnell so aus. Also hier unten ist übrigens Gladbach. Ich verdecke das gerade so ein bisschen, aber da werden wir natürlich gleich dazu kommen. Erstmal geht es los mit Augsburg gegen Stuttgart. Da muss ich natürlich sagen, ist natürlich für beide Mannschaften so ein bisschen die Chance. Zum einen für die Augsburger, die Stuttgart auf Abstand halten könnten mit einem Sieg. Und Stuttgart dort eben dann, Pratsch in Augsburg, hat aber gleichzeitig auch die Chance, wieder ranzukommen und die Augsburger reinzuziehen. Also für beide so ein bisschen die Chance. Eigentlich ist es so, dass ich Augsburg zu Hause schon das auch zutraue oder auch deutlich mehr zutraue. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Augsburger das machen. Auf der anderen Seite ist eben aber auch die Stuttgarter Phase aktuell so, dass ich sage, eigentlich fast unberechenbar. Was da geht, muss trotzdem nochmal sagen, ich glaube, dass die Augsburger Offensive den Stuttgartern schon wehtun wird und die Augsburger daher auch gewinnen könnten. Es ist wirklich schwer zu tippen, weil eben, wie gesagt, zum einen hast du halt die Augsburger Offensive. Stuttgart hat auch gezeigt, dass die hinten trotzdem auch noch Dinger zulassen. Deswegen kann ich mir gut einen 2-1 Augsburg vorstellen. Wäre, glaube ich, auch so mein Tipp. Ich glaube, den habe ich auch bei Felice so abgegeben. Kann mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, so als Bauchgefühl, dass die Stuttgarter Phase aktuell weiter vorangeht und die 2-1 in Augsburg gewinnt. Aber nochmal, hier muss ich auch ganz klar sagen, ich kann mir hier auch sehr, sehr gut einen Augsburger Sieg vorstellen. Gehe hier nur gerade wirklich nach dem Bauchgefühl mit 2-1. Ihr wisst ja, freitags ist immer so, wenn ich hier tippe, immer nach Bauchgefühl. Ja, wie gesagt, aber ich kann jeden auch verstehen, der hier auf Augsburg geht. Mainz gegen die Bayern. Das ist natürlich auch eine Partie, wo man sagt, bei Bayern geht es jetzt vor allen Dingen um die Liga. Die müssen alles gewinnen, im Idealfall, um irgendwie die Dortmunder auf Abstand zu halten. Es sind eben nur zwei Punkte Unterschied. Und ja, das heißt eben eine Niederlage Bayern, ein Sieg Dortmund und dann würde man mit 0 Titeln rausgehen nach dem Trainerwechsel. Wäre natürlich ein absolutes Desaster für die Bayern und auch gleichzeitig der FC Hollywood pur wieder. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Bayern 2-0 gewinnen werden. Hoffenheim gegen Köln. Ja, ich habe ja tatsächlich zwischenzeitlich echt mal gedacht, dass die Kölner jetzt vielleicht auch nochmal komplett da rausgehen. Dann wurde sie wieder reingezogen. Es ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Ich glaube aber, dass die Hoffenheimer jetzt leider nicht mehr so zu unterschätzen sind. Würde mich natürlich trotzdem noch freuen, auf der einen Seite, wenn die unten abrutschen, weil ich einfach mit Hoffenheimers Absteiger am ehesten leben könnte. Ich glaube allerdings, dass die Hoffenheimer knapp gewinnen werden, zu Hause mit 2-1 gegen den 1. FC Köln. Beziehungsweise, ich glaube sogar eher in so einem Ergebnis, so 3-2 oder sowas, kann ich mir mal gut vorstellen. Bochum gegen Wolfsburg. Auch ganz, ganz schwierige Partie, meiner Meinung nach. Weil einfach Wolfsburg aussetzt in Bochum. Bochum ist ja eigentlich Heimschlag, müssen da die Punkte unbedingt holen, um unten rauszukommen. Und ich weiß nicht, ob die Wolfsburger so den Kampf gegen Wolfsburg richtig annehmen. Klar, technisch und auch vom Kader die viel bessere Mannschaft, mehr Qualität drin. Aber ich glaube, dass die Bochumer mit ihrem Kampf das Ding knapp zu Hause gewinnen werden und 2-1 siegen. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ja, unser Spiel, das Spiel der Spiele sozusagen. Ich hoffe einfach, dass wir da die drei Punkte holen. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Wir haben eine Riesenunterstützung mit in Berlin. 18.000 bis 25.000 sollen wohl mit dabei sein. Es wird den Fanmarsch geben. Es wird ganz, ganz viel Action geben. Also da muss man einfach sagen, ich glaube, das wird richtig, richtig groß werden. Ich tippe hier auf ein 2-1 für Bremen. Knappes Spiel, knapper Sieg. Aber am Ende holen wir uns die drei Punkte und sind dann eigentlich durch. Man muss natürlich sagen, wenn jetzt Hertha gewinnen würde, sieht das für uns auf einmal ganz, ganz schlecht aus. Also das auch mal hier so zum Vergleich. Gerade guckt man jetzt auf die Punkte und Tabelle. Will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bleibe bei 2-1 Bremen. Dortmund gegen Frankfurt. Dortmund zu Hause hat nach dem Stuttgart-Spiel auf jeden Fall auch nochmal was gut zu machen. Ich glaube nicht, dass sie da verlieren werden, jetzt auch im eigenen Stadion. Ich glaube, dass sie souverän mit 3-1 gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Freiburg gegen den FC Schalke auch ganz, ganz schwer zu tippen, muss man sagen. Weil man einfach nicht weiß, wie jetzt die Schalker nach dem Sieg von Hertha umgehen. Wir selber haben ja gerade gegen Freiburg gespielt. Sollten die ein ähnliches Spiel machen wie gegen uns, dann sage ich, ist für Schalker auf jeden Fall was drin. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Schalker die Punkte holen. Finde ich, wie gesagt, aber ganz, ganz schwer hier auch zu tippen oder zu sagen. Kann mir auch ein 1-1 hier sehr gut vorstellen. Ja, dass die Schalker dann unentschieden holen, einen Punkt sammeln. Leverkusen gegen Leipzig, für mich hier tatsächlich ein torreiches Spiel, so im Kopf. Wer da der Gewinner ist, ist da die große Frage. Ich würde aber schon sagen, dass Leverkusen für mich eher hier der Favorit ist. Auch wenn Leipzig drüber in der Tabelle steht und Kuku wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob der vor Anfang an spielt, aber auf jeden Fall ja auch wieder dabei ist. Trotzdem würde ich sagen, dass die Leverkusener das mit 3-2 machen werden. Kommen wir zum letzten Spiel, zu Gladbach gegen Union Berlin. Ich scroll mal ein bisschen hoch, dass ihr hier das Spiel auch so seht. Gladbach gegen Union Berlin. Ja, in Gladbach eigentlich Gladbach dann auch der Favorit, sollte man mal meinen. Gladbach mal übertrieben heimstark. Ich weiß gar nicht, wie da genau statistisch das Ganze aussieht. Ich muss aber sagen, dass in dieser Saison einfach Gladbach ganz, ganz schwierig zu tippen ist. Aber auch Union tue ich mich immer wieder schwer. Ja, tue mich auch in dem Fall hier sehr, sehr schwer und kann mich nicht entscheiden, wer das Ding hier ziehen wird. Gehe hier deswegen eher auf ein 2-2. Muss jetzt aber trotzdem, wie gesagt, auch nochmal sagen, hier oben bei dem Spiel bin ich mir am unsichersten. Wie gesagt, ich kann mir auch sowas vorstellen hier. 3-2 Augsburg kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann euch sagen, dass ich bei Kicktipp, bei Kicktipp habe ich, glaube ich, 2-1 Stuttgart getippt. Weil ich bei Kicktipp schon am Mittwoch das abgegeben habe, sozusagen. Aber jetzt, ich tue mich hier wirklich schwer. Also ich kann mir hier alles irgendwie vorstellen. Ich kann mir auch einen Augsburger Sieg vorstellen durch die Offensive. Kann mir aber eben auch einen 2-1 Stuttgart irgendwie vorstellen für die Form. Ganz, ganz schwer zu sagen. Ja, wir lassen es mal so stehen. Ich kann natürlich mit dem Spieltag sehr, sehr gut leben. Einfach aus dem Grunde heraus, weil wir dann die 3 Punkte geholt hätten. Mit 35 Punkten stehen wir da sehr, sehr gut da. Die unten müssen ja auch erstmal ihre Punkte dann sammeln. Ich will mir nur nicht vorstellen, was wäre, wenn wir verlieren. Deswegen mal abwarten, mal gucken, was geht. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Tipps mal in die Kommentare rein. Wenn ich es noch nicht getan habe, lasst mal ein Däumchen da oben da, ein Abo da. Und lasst uns morgen auf jeden Fall richtig Gas geben. Wer übrigens morgen in Berlin ist, kann mir sehr gerne auch Bilder oder Videos auch von Fema schicken, dass die Leute, die nicht da sein können, eben das Ganze virtuell hier auf diesem Kanal miterleben können. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich glaube, wir haben da eine coole Community. Ich glaube, dass da schon ein paar sich finden werden, die da Videos rüberschicken. So, ich bin jetzt an der Stelle raus. Das war es wieder mit meinen Spieltagstipps. Euer Reniko und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.